Hallo und herzlich willkommen zur Gewinnspielauflösung. Ich habe mir hier einen Zufallsgenerator geholt und alle, die teilgenommen haben, stehen hier drin. Ich klicke jetzt auf zufällige Mitte und dann haben wir den Gewinner. Zur Info, ich werde ihn dann schon, also ich werde ihn dann kontaktieren, sobald das Video raus ist, hat er dann auch eine Nachricht im Posteingang von YouTube. Also einfach mal nachschauen dann, wenn ihr gewonnen habt. Tut mir leid für die anderen, die dann nicht gewonnen haben und ja, ich wollte nur sagen, dass jetzt bald keine, also über die Feierzeit keine Videos kommen. Das ist hoffentlich verständlich dann zufälliger Mitte. Ja, herzlichen Glückwunsch, dein DLHD. Du hast gewonnen, ich werde dich dann kontaktieren, also du wirst wahrscheinlich schon was im Posteingang haben, vielleicht schon vorher, bevor du das Video merkst. Ja, auf jeden Fall hast du gewonnen. Du trittst jetzt einmal das Spiel LS 2011, Platin Edition und ein Gamepad. Tut mir echt leid für die anderen, aber nicht direkt deabonnieren. Schaut, bleibt doch nur was auf dem Kanal, schaut, was ich so mache. Ja, das war's von mir. Danke, bis zu einer nächsten Folge. Schaut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020